So, aber heute, habe ich gedacht, es wäre ganz toll, wenn wir eine ganze Reihe Musiker einladen, die auch eine besondere Beziehung, eine persönliche Beziehung zu mir jetzt hatten. Der erste Musiker, den ich vorstellen möchte, ist gar kein Musiker im Hauptberuf, aber er hat übrigens vor einigen Jahren in den letzten Jahren, wo sie nicht mehr so gut ging, enorm begriffen. Und er hat eine musikalische, musikalische Vergangenheit. Also das Umdrehen des Sessens hat nichts mit dem Virus zu tun. Da steckt man sich hoffentlich nicht da, aber das hat mit meiner Drehbewegung wieder zu tun. Ich habe es nach Nils natürlich wieder etwas hinaufschauen müssen. Schönen guten Abend aus Wien, aus Österreich. Ich freue mich, dass ich euch zum siebten Mal heute hier sein darf. Ich freue mich, dass ich euch zum siebten Mal heute hier sein darf. Ich freue mich, dass ich euch zum siebten Mal heute hier sein darf. Ich freue mich, dass ich euch zum siebten Mal heute hier sein darf. Ich freue mich, dass ich euch zum siebten Mal heute hier sein darf. Musik 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 Vielen Dank. 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 Und Axel Zwingenberger. Thank you. 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 Thank you.